Gut, so, nächste Dungeon, Test Nummer 2 bei der Aufnahme, ey, ich hasse dieses Schein-Overwolf, ey, ich hoffe mit dieser Episode 8 kommt ein neues Game Guard Update raus und so das Wraps wieder läuft, ey, mir geht das lange echt auf den Piss mit dem Ding. Boah, schmiert ihr das mal? Ich hoffe, das Ding schmiert mir jetzt nicht gleich in der Dungeon ab, ey, und schließt, weil, wenn das Ding abschmiert, schmiert es komplett Karbal gleich ab. Okay. Ähm, ja, wir gehen jetzt auf E, ähm, das ist eigentlich, glaube ich, auch die letzte Party-Dungeon, die noch fehlt und dann kommen nur noch die DX-Dungeon und die möchte ich doch vorher fertig haben, bevor das Update rauskommt, weil dann mache ich ja, wie gesagt, Infovideos über das Update und danach sowieso erstmal keine Ahnung, was danach kommt. So, ich hab alles mit, dann werde ich euch gleich noch demonstrieren, ich hab neue, was für neue Sachen ich habe, warum ich ja damals meine Glows und die Ringe verkauft habe. So, Nikola hat auch hier EOS-EOS plus 8, sie sagt, das sieht ihr langweilig aus, dann finde ich nett. Äh, okay, ähm, ja, dann kann es eigentlich losgehen. Ja, achso, sie ist schon drin, ist klar. So, ja, diese Bosse, ja, geschweige diese, ich nenne sie immer die Türsteher hier, oder so nennen wir sie immer. Die muss man ja nicht gleich am Anfang mit BM hauen, das muss man überhaupt nicht. Erst ab der Hälfte der HP macht man BM. Okay, ähm, was hab ich neu? Ja, das will ich euch jetzt demonstrieren. Ich hab meine Glows verkauft, ähm, ich hatte ja Suit und Glows, wisst ihr, mit Heal, mit Skill-XP Watercraft. Ich hab mir jetzt neue geholt, geschweige, eigentlich sozusagen getauscht gegen neuere, ein bisschen Eilzeit dazu gegeben und hab halt neuere jetzt, ähm, hä, weswegen? Ähm, okay, ähm, die Ringe hab ich wieder, ich hatte gestern ein gutes Croft-Glöck gehabt da, fünf Ringe auf einmal gekauft, aus 25 Croft, und zwar, die Glows sind die hier, mit Rieglows, FB auf Fatal. Natürlich keine Schaden, bei allen Dingen, also sind noch Originale von der damaligsten Zeit. Ähm, Small-Skill-M und mit 1% Max-Crit-Rate. Ist nicht viel, naja, stimmt schon, aber ist mir, ist immerhin besser als 4 Skill-XP. Was hab ich noch neu? Die Suit. Auf die Suit bin ich richtig geil froh drüber. Ähm, und zwar hat die HP plus 140. Ähm, ja, die gibt HP 140 dazu. Auch alles plus 11, also ich hab da nichts Neueres dazu gekauft. Ja, ich hab mir einen zweiten Vamp jetzt dazu gelegt, äh, einfach mal so nebenbei. Da ich glaube doch, Vamp ein bisschen besser ist als den Force-Rack plus 7, aber... großen Unterschied merke ich dazu nicht, also... wo es wichtig sein könnte. Vielleicht Chaos-Arena könnte das sehr geil, weil da halt auch die Mob-Masse da ist. Vogel... Vogel... Also von dem Oster-Event, das Metal-Event, jetzt gibt's ja ja zig Stück von diesen Helmen jetzt auf unseren Server. Was mich ja natürlich ein bisschen ärgert, weil vorher war ich ja mehr oder weniger der Einzelfall, der jetzt so einen Helm hatte. Jetzt haben die ziemlich viele... Warrior, Wizards... Bla, bla, bla... Ey... Schau, ich hab hier nicht mehr ein Target. Ja, das Bike kennt ihr ja auch. Plus plus 15. Amoled of Pain ist sonst alles das gleiche geblieben. Crystal ist noch der 27er. Display kennt ihr auch. Schuhe sind auch noch dieselben gewesen. Ja, und mein altes Blade, das habe ich sogar noch hier liegen. Ich traue mich mir immer noch nicht, das durch einen von Smother zu jagen. Vielleicht erst nach dem Update, mal gucken. Oh, jetzt müssen wir hier diesen Cool-Bug Dolphy killen, dann kommt der nächste Türsteher. Und für den Türsteher gehe ich dann BM. Also wir wechseln uns immer ab. Sie macht den ersten, ich mach den zweiten sozusagen. Also wir brauchen nicht beide Doppel-BM da rauf zu gehen. So. Weil sich ja ein Kollege... äh, Kamerad ist schon... Ja, Kamerad sag ich jetzt nicht. Wie soll ich sagen? Einer sich ja beschwert haben. Äh, wegen den letzten... Vor allem zu Reading Hall. Das war ja... Wie hab ich ja von Anfang an gesagt, dass es eine reine Pimmel-Dungeon für uns ist. Weil wir machen da nur alles mit Kombo. So wie OS 2. Und da sich ja dann doch einer beschwert hat. Sag ich jetzt doch mal hier. Das ist mir, ehrlich gesagt... Banane! Du musst mich nicht angucken. Notfalls gibt es andere YouTuber. Schau danach. Ähm... Ich weiß, ich hab's aber vorrein gesagt. dass es langweilig werden könnte. Aber ich mach das so. So wie mir das halt gefällt. Ja, wie gesagt. Fi, danach nur noch die DX Dungeons glaube ich. Ja, mehr eigentlich nicht. Danach haben wir alles. Jetzt weiß ich eigentlich. was ich nur noch hoffe ist so eine schöne Formula Karte fürs RW3 wenn es die bald geben würde dann würde ich die noch holen also hoffentlich Damage irgendeine Damage Formula Karte so dass ich halt meinen RW3 noch einen Korb draufballern kann so weil ich denke mal ich vermute auch fast sobald nämlich diese Dungeon Challenge jetzt hier vorbei ist und das Update da ist kann ich mir fast schon vorstellen was ihr als nächstes sehen wollt und zwar nochmal Dungeon Challenge und diesmal alle in BM3 das könnte ich mir gut vorstellen dass das kommen wird weil ich weiß dass ich selber so gesehen nicht was ich noch in Let's Playen soll hier in Kabbal geschweige was zeigen die Story Quest läuft ja auf dem DE Server ansonsten kann ich ja eigentlich nichts hier mehr Let's Playen Dungeon Challenge ist ja jetzt schon zum zweiten Mal naja aber wie gesagt da dürft ihr euch wieder entscheiden was ihr da wieder sehen wollt aber das denke ich mal wird die große Vermutung sein natürlich wird natürlich auch Infovideo kommen über Episode 8 sobald es Montag da ist worauf ich mich auch schon tierisch freue geschweige komplett Gilde freut sich darauf ja schon und da bin ich eigentlich mal gespannt also wenn das dann richtig also richtig auch los geht also so große Quests auch mit bei sind werde ich die vermutlich auch dann auch Let's Playen aber erstmal überraschen lassen ich weiß selbst nicht genau was alles kommt aber mal gucken wenn die anderen Sachen fertig sind Spyro LVD und Story Quest so ne sie hatte mich gerade gefragt falls ihr das nicht lesen könnt ähm wann ich das LP mache von Dead Island dann habe ich hier gerade geantwortet drauf dass ich das erst anfangen werde sobald die anderen äh LPs fertig sind ich habe ja jetzt insgesamt eins zwei drei vier Stück am Laufen also Spyro habe ich ja noch am Laufen dann Left 4 Dead mit Viper zusammen ähm ja und Cover Story Quest und hier die Dungeon Challenge und erstmal will ich da die restlichen abschließen bevor ich mal irgendwie ein paar spontanes Neues anfange sonst wird das sonst immer zu viel aber darauf könnt ihr euch auch schon mal freuen auf Dead Island Dead Island wird ja wie soll ich sagen wenn ich das letzte player auch ein großes ein sehr großes Blinddruck werden da ich damals das Spiel halt ähm wie soll ich sagen nicht original hatte sage ich jetzt mal so und ich das halt mal zum Antesten gezockt hatte und mir das dann sehr sehr gut gefallen hat und dann habe ich mir das geschweige gehabt ich das dann original geschenkt bekommen von Nicole damals und ja und damals habe ich nur bis zum ja man wacht ja auf im Hotel und man muss später nochmal zurück ins Hotel irgendwas rein irgendwie nochmal rein bis dahin habe ich damals so gespielt und nicht weiter ich also ich war noch nie in der Stadt oder sonst irgendwie oder wie es sonst noch so weiter geht da bin ich noch sehr 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 gespannt drauf so Mucha komm her Brava Vogel siehst du Leo so muss ein Vogel hören so gut dass er sich gerade putzelt ich bin jetzt hier nicht nicht wieder in die Ohren rein ach ich muss ja noch bei der Bank anrufen anrufe sobald 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 gibt es sich doch ein gebeten dass sie mich äh darauf hinweist weil ich vergesse das sowieso wieder hier muss ich hinter mir noch anrufen da weil ich wollte mir einen neuen Fernseher letztens holen das ist schön so ein großen schön flach Ding ne weil ich habe hier immer noch so ein alten Röhrending ja habe ich wirklich noch und jetzt wollte ich mir einen neuen holen so einen richtig schönen großen aber ging nicht da irgendeine andere Zahlung angeblich noch am Laufen war was schon lange vorbei ist und noch einen anderen Grund ähm was auch mein Fehler war weil ich habe das auch damals überraten gemacht also ich kann das nur überraten machen ich kann nicht auf Schlag bezahlen das geht nicht ähm da ich noch andere Kosten habe so wie Miete äh geschweige alles mögliche würde ich ja jetzt noch bei Eltern wohnen wäre es was anderes aber das geht halt nicht deswegen mache ich doch auf sechs Monate Raten das ist halt immer das Minimum und da sagten die auch dass es nicht ging weil ich damals hatte ich meinen Rechner so bezahlt und da war ein Monat dabei wo ich auch wo ich das auch weiß wo ich halt verpennt hatte dass ich da nicht genug Geld drauf hatte und das war auch mein eigener Fehler und das ist deswegen auch sozusagen ich erstmal eine Blockade habe ich muss erstmal da noch anrufen und fragen warum ich noch eine Zahlung offen habe geschweige warum sie das noch nicht abgeschlossen haben weil die letzte Zahlung war vor zwei Monaten naja aber das sind ja nicht eure Probleme sind ja eher meine so oh falsch so ist die Kiste alle wir sehen wo ist er? Reot, Reot da ist er ja der Saiyazor die Logik von diesem Saiyazor habe ich sowieso noch nicht verstanden warum der hier ist weil der verschwindet einfach so jetzt zum Beispiel schon ist er weg oh ich stehe gerade alleine hier Nicole ist gerade gestorben aber mal gucken ob sich die Rampen mal ein bisschen bemerkbar machen weil hier weil hier ist es doch noch gut krass krass der Reot da ihr seht falls ihr es gesehen habt zieht er mir ja doch fast 1k rein 957 gerade da 1063 selbst auch wenn ich 1280 death hat also ich denke mal Wizards haben es richtig schwer hier j ich glaube ich glaube schalte ich denke mal Vielen Dank.